Hast du mich verstanden, du Arsch? Ich sagte, warte nicht auf mich! Wieso ich ihn bewundere? Weil ich ihm ernsthaft ins Gesicht sagen kann, sein Geschmack ist für den Arsch! Ich sag dir, Henry, wenn ich ein Auto ficken könnte, kenne ich aus der Garage nicht mehr aus. Gibt's mehr? Gibt's mehr? Gibt's mehr? Hey, hey, hey! Die Party geht los! Wo ist das? Milo, bist du's? Ah!